So, Leute, jetzt gibt es, wenn man zum Friseur geht. Und ganz kurz eine Info zu mir, falls ihr es noch nie gehört habt. Ich gehe nicht mehr zum Friseur, seitdem ich 17 Jahre alt bin. Ich schneide mir die Haare selbst. Ich hatte irgendwann keinen Bock mehr, die haben mir die Haare nie so geschnitten, wie ich möchte. Und dann dachte ich mir, ach komm, Alter, jetzt kann ich es auch einfach mal selbst probieren. Und seitdem, äh, ja, in der jetzigen Zeit mein ich mir doch sehr praktisch. Übrigens, Leute, das Video ist von Philipp.PSD. Leute, er steht kurz vor den 100.000 Abonnenten. Schaut dort unbedingt mal vorbei. Lasst ein Abo, da macht ihr 100.000 voll. Und Like habe ich ihr schon gegeben, vorbildlich. So, jetzt, äh, sag mal, Philipp, was ist da los mit Frisuren? Ähm, dieses Mal bitte nur die Spitzen schneiden. Mann, das... Leute, das ist bei mir aber auch so gewesen. Meine Frisur ist so, die ist so einfach, dass ich das selber kann. An den Seiten bitte ein bisschen wegnehmen, hinten auch. Und vorne so ein bisschen. Ey, die Frisur sah jedes Mal anders aus. Obwohl ich immer beim gleichen Friseur war. Vor einem Jahr sah es vorm Friseur ungefähr so aus. Ja, das... Ich muss mal kurz Fenster aufmachen, Leute. Und 2021... Nimm mein Geld. Damit... Achso, ja, stimmt. Ey, das habe ich auch gehört. Jetzt, wo die ganze Friseure wieder aufmachen, werden teilweise Friseurtermine versteigert. Und die Leute zahlen irgendwie 500 Euro für einen Friseurtermin, weil ihnen das so wichtig ist, dass jetzt mal kurz die Haare irgendwie ein bisschen... Da habe ich auch irgendwie gehört, dass Friseurtermin oder zum Friseurgehen so ein Grundrecht oder so ist. Wo ich mir denke so, hä, ja, dann siehst du halt mal ein bisschen buschiger aus im Kopf oben rum. Ist doch kein Problem. Also, Leute. Die Probleme zurück, die ich beim Friseur habe. Du kommst rein, bekommst einen Platz. So weit, so gut. Dann geht's ans Haare waschen. Ich weiß, viele finden es geil, aber für mich ist es die Hölle. Ich mag das auch nicht. Ich muss einfach sagen, dass mir so eine fremde Person da den Kopf wäscht. Weiß nicht. Weiß nicht, ob ich das immer so geil fand. Ich glaube, als Kind hat es mich nicht gejuckt, aber irgendwann fand ich es doch ein bisschen komisch. Ich weiß, eine Massage ist am Ende des Tages nichts anderes. Ich hatte auch noch nie eine richtige Massage, dementsprechend. Doch einmal. Es war auch ein bisschen komisch und mir tat danach alles weh. Ich weiß nicht, warum. Zum einen kriege ich da immer voll die Nackenstarre. Zum anderen passen die einfach nie auf und das ganze Wasser sammelt sich im Nacken. Nee, und auch die Augen. Oder noch weiter unten. Als nächstes wirst du gefragt, was du trinken möchtest. Bist immer wild. Sachsen-Tee. Was? Hat sich das... Hä? Ich wurde nie gefragt, ob ich irgendwas trinken will. Ich sollte mich setzen. Dann hat man mir einmal die Haare da gewaschen. In diesem Nackending, wie ich eben schon meine. Und was super unbequem war. Und dann ging es ans Haarisch. Und mich hat niemand gefragt, ob ich ein Kaffee oder so möchte. Wenn er viel zu heiß ist. Dann stellst du den Tee weg, damit er abkühlen kann. Und wenn er dann trinkbar ist, sind lauter Haare drin. Und dann liegen da immer diese Klatschzeitschriften, die keine Sau interessieren. Was? Prince Harry ist schwanger? Ich weiß nicht. Ja, ich glaube, Friseure machen ihr meistens Money, aber auch mit so Damen und Herren, die schon ein bisschen älter sind. Es ist doch so. Ganz ehrlich. Männer Haarschnitt kostet doch... Also, der dauert ja nicht lang. Aber Frauen, die machen dann vielleicht nochmal ein bisschen Haare färben. Obwohl ältere Männer wahrscheinlich auch Haare färben. Oder nochmal hier ein bisschen. Ich glaube, das Thema... Vielleicht könnten die Damen der Schöpfung das ja mal so ein bisschen auch in die Kommentare schreiben. Es ist alles ein bisschen... Es ist auch wichtiger, glaube ich. Also, mir waren meine Haare jetzt nie so übertrieben so wichtig. Das sieht man vielleicht auch daran, dass ich meine Haare selber schneide. Aber ich... Ja. Also, ich glaube, Haare sind da wichtiger. Da fließen auch mal ein paar Tränen, wenn der Friseur die Frisur verkackt oder zu viel abgeschnitten wird. Ich glaube, dass nur bei mir so ein Ding war. Aber als Kind durfte ich mir immer Frisuren aus den Katalogen aussuchen. Ich wollte natürlich immer nur die ganz coolen Frisuren. Bin am Ende dann komischerweise doch immer nur mit einem Pilzkopf aus dem Laden rausgegangen. Pilzkopf. Aber Brigitte, ist das eine Tränenfrisur? Das größte Problem ist jedoch der Friseur an sich. Nicht mal, weil er immer so ein bisschen mehr wegschneidet, als du es eigentlich wolltest. Sondern, wenn er mit dir keine Unterhaltung führt. Das ist doch gut. Das ist doch super. Ich will mit dem nicht reden. Ich will keinen Smalltalk halten. Und was ich auch manchmal ein bisschen unangenehm finde, wenn der Friseur irgendwie so ein bisschen zu nahe kommt. Da ist es auch egal, ob Männlein oder Weiblein. Ich finde das immer so ein bisschen unangenehm, weil dann habe ich das Gefühl, die kommen einem dann so extra nahe. Und ich fand es immer ein bisschen komisch. Aber ein Friseur, der nichts sagt. Oh, danke. Bruder, ohne Witz. Soll einfach den Mund halten. Ja, perfekt. Super. Mögen Sie Hunde? Weil ich habe meinen Hund. Ich hasse Hunde. Du sitzt dann also da und lässt es über dich ergehen. Tief im Inneren, weißt bereits. Das wird so gar nicht aussehen, wie ich es mir vorgestellt habe. Und wie gefällt es dir? Wir können deine Haare mit dir noch... Es ist ohne Witz. Ja, gefällt es dir? Sieht es gut aus? Und man wusste oder... Ey, ich dachte mir schon, das sieht scheiße aus. Aber was soll ich denn jetzt machen? Du hast eh schon zu viel weggeschnitten. Und dann hat jemand von euch mal gesagt, ja, also eigentlich haben sie vollkommen reingekackt. Eigentlich ist es vollkommen beschissen, was sie gerade geschnitten haben. Ne, man sagt immer, ja, wow. Danke, ja, passt so. Ja, danke, viel, ja. Ein bisschen stylen. Ja, sieht noch schlimmer aus, wenn du das dann gehst. Ich finde es spitze. Nach 20 Minuten Haare zu kurz schneiden, zahlst du dann 18 Euro. Und als Mädchen 45. Ich meine, als Mädchen könntest du dir legit eine Giacke schneiden lassen und müsstest trotzdem 50 Euro zahlen. Gesellschaftskredit. Gesellschaftskredit. 18 Euro ist aber noch, ist das okay? Weil ich war damals beim 10 Euro Friseur. Das war, das ging noch. Aber ansonsten, bei uns lokal hatten wir noch einen. Das war eher so ein, wo man gedacht hätte, dass man da was zu trinken bekommt. Aber da habe ich, glaube ich, immer 20 oder 25 Euro gezahlt und habe mich immer gefragt, für was? Obwohl es nicht mal mein Geld war, weil meine Eltern haben mir das Geld für den Friseur gegeben. Da dachte ich mir, Alter, nee. Nee, ich, 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 nein. Ich mache die Scheiße selbst. Don't get me wrong. Der Friseur ist wichtig und macht safe seinen bestmöglichen Job. Und der schlechteste Friseur ist man meistens selbst. Wieso? Nee, Paletto ist ein super Friseur. Ich meine, ey, es gibt ja auch einfach so große Unterschiede. Es gibt, glaube ich, sehr, sehr viele sehr gute Friseure. Nur in meinem Umfeld waren scheinbar keine, die ansatzweise irgendwas konnten. Und deswegen haben wir Paletto, Alter, hier zur Seite. Ich müsste auch, also, ich weiß nicht, ob man sieht, ich müsste halt echt mal wieder, das ist, das ist alles Kraut und Rüben, was da auf meinem Kopf wächst gerade. Aber ich bin gerade, ich bin gerade einfach zu faul. Ich habe gerade echt keinen Bock, weil das, das ist das, das ist das Geile beim Friseur. Du musst halt deine eigenen Haare nicht wegmachen. Du hast zwar ein paar noch vielleicht auf dem Shirt oder so, aber nicht so, nicht so krass, weil bei mir manchmal dann im Bade muss ich alles nochmal durchsaugen und so. Aber darauf habe ich gerade keinen Bock, deswegen schön weiße Freedom Squat Cap, kein Problem. Zack. Oh nein. Laut Brigitte ist das eine Trennfrisur. An der Stelle hoffe ich, dass euch das geile Video gefallen hat. Wenn ihr ähnliche Erfahrungen mit dem Friseur gemacht habt, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ansonsten würde ich mich über ein Abo freuen. Leute, haut rein. Und dieses Mal bitte nur die Spitzen schneiden. War das nicht gerade mega rap? Ist das ein Heu-Ball? Paralleluniversum. Bis zum nächsten Mal.